Ich glaube, ich sehe ein Tierkreislicht. In den Wolken. Das hält er da. Nein. Ja. Nein. Das hält er da in den Wolken. Das ist ein Tierkreislicht. Hm. Ja. Ich kriege aber sowieso schlecht drauf. Das kann ich nicht. Das könnte ich ja schon, ne? Ja. Ich stelle mir auch mitten in der Nacht die Waschmaschine an. Mach einfach ruhig. Schub mich nicht. Aber warte, ich bin im Aufnehmen. Oh, Entschuldigung. Ich verstehe es nicht. Wir sehen jeden Tag Morgenrote. Morgenrote bedeutet schlecht Wetter droht. Ne? Ja. Kommt doch. Es kommt doch nicht mehr Regen im Land. Gar nicht. Wir haben jeden Tag Morgenrote gesehen. Morgenrote bedeutet alles schlecht Wetter droht. Nein. Von den Bomberregeln zu Uhr danach. Laut den Bomberregeln bedeutet morgen rot schlecht Wetter droht. Laut den Bomberregeln. Laut den Bomberregeln bedeutet morgen rot schlecht Wetter droht. Nein. Es kommt doch nicht mehr was. Gar nichts. Und noch was. Du hast dich gestern wohl um 6 Uhr angezogen. Nein. Halt die. Ich hab auf die Kursung zu. Alexander. Sie ist immer halb die. An. Ja. Hast du auf die Uhr geguckt? Ja. Was soll das jetzt? Ja. Ich hab nichts gemacht. Ich muss hier was. Äh. In den zweiten Etagen brennt Licht. Wenn man am. 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 Vielen Dank. 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 Da hinten kommt doch eine Front, sehe ich. Oder ist es keine Front? Und... 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 Und...